Ok, wo könnte ich mich noch hinstellen? Ich könnte mich hier hinstellen, dann können sie aber auch von hinten kommen. Da ist blöd, hier ist auch irgendwie blöd, also können sie auch von da. Es gibt hier wirklich keine tote Gasse, keine Ecke, wo ich mich richtig gut verkriechen könnte. Hier vielleicht, so ein bisschen, ne haben wir auch nicht wirklich. Hier auch nicht. Da ist auch nichts. Ah, jetzt habe ich mich wieder. Also wir waren ja schon mal nicht schlecht, wir waren ja nicht schlecht. Okay, jetzt gehen wir einfach mal hier hin. So. Da oben fährt er eine, da zwei, eins, Drohnen hack. Die ist gehackt. Okay, ich werde hier anknüpfen. Nein, nein, nein. Okay, hinter mir steht eine. Nein. Hat eine Mamba Drohne verloren. Tot. Aber da oben ist ein Flieger. Flieger tot. Gut. Gut. Da soll es mal sterben. Okay. Raketenaufschaltung. Wo? Hinter mir. Oh fuck. So. Hinter mir ist alle aufgeschaltet. Jawoll ja. Aufschaltung. Aufschaltung. So. Einmal. Und. Oh nein. Die ist ja nicht. Die sind. Die sind. Die sind scheiß vorne. Sehe ich die nicht. Ich sehe das Ding wie. So. Und da oben ist einer. Da muss ich raus. Jawoll. Eins. Zwei. So. Da oben ist einer. Da muss ich raus. Jawoll. Aua. 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 Okay. Die Position ist scheiße. Die Position ist richtig scheiße. Okay. Da ist eine. Aua. Da oben. Aua. Da oben. Aua. Aua. Die sterben lassen gerade. Da ist einer. Aua. 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 Ja voll. Ja voll. Ja. Direkter Treffer bei der Rattler. Eins. Zwei. Aua. 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 So. Tot. Aua. Aua. geteinander. Man wird sich an Sie erinnern vor dem Aua. Master Bruce versprochen. Ihr Opfer wird nicht vergebens sein. Okay. Also mitten rein ist auch scheiße. Ich gehe wieder da oben hin. Das war bisher meine beste Variante. Ich muss nur aufpassen, wenn diese blöden Flieger von hinten kommen. Dann muss ich aufpassen. Virus hochladen Okay Hi So Das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert So Hinter mir Eins Zwei Drohnenhack ist doch nett Drohne gehackt Spackieren auf Schaltung So Und Nummer 1 Come on Spackieren auf Schaltung Fuck Drohnenhack Komm Hackt das Scheiß So Feind flankiert Hinter mir Na also Come on So Jawohl Kann ich eine ausschalten So Noch 34 Hinter mir ist dran nichts Da ist hinter mir eine Da kommt einer Na also Hinter mir ist einer Oh Oh jetzt ist hier Jetzt erledige ich ihn So 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 Come on Come on So man Jetzt wird sie ganz böse Come on Du stirbst Die ist hier nümer Die da muss weg Come on Oh jetzt kommt der lauter zu Können wir auch mitspielen Mag das nicht So Das geht in der Aufschaltung Boom Come on Komm Stimmt Nein Die trist mich So Du da Hinter mir Diamond zerstört Ja 17 16 15 Come on So Über uns verstecken Drohnen Come on Die Drohne will ich haben Ja also Na also So Da oben ist sie Scheißding Noch 13 Haben wir zerstört Ich gehe gleich hier hoch Dass eine Ich zerstören kann Aber Acht Come on Da ist einer 7 Come on Sech 5 Wie damals Scheiß Nein Diese Scheiß Flieger Master Bruce Ich hatte gehofft Es würde nie so enden Ruhen sie in Frieden Diese Scheiß Flieger Mann ey So So nochmal Das lief so gut Das Problem sind die Flieger Die hier von hinten kommen Ich greife von allen Seiten Ich greife von allen Seiten So So Aua Das geht schon wieder richtig scheiße los So 44 Du schießt daneben Flieger 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 Dankeschön Aua 40 Mamba getroffen Wieder Scheiß Flieger Angeflattert Flieger ist tot Raketen Raketen Laufschein Und da hinten trifft Hab ich sowieso nicht Eigentlich Hinter mir ist eine Uah Das sieht nicht gut aus für mich So Keiner hinten Da kommt wieder ein Flieger an Uah Uah So Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Fuck 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 Drohne offline So Du stirbst Nein Du sollst doch sterben Hab ich gesagt Mann Das wäre doch so ein Scheißding runter Drohnenhack Come on Hack das Scheißding So Mamba zerstört So Flieger Und Mamba Sie ist zerstört Doch Einmal kommt die ganze Scheiß Mamba Dinger von hinten Mann Master Bruce Ich hatte gehofft Es würde nie so enden Ruhen sie in Frieden Oh Mann Ich war bei 5 Und dann Hauen die mich nochmal um Okay Probier mal was anderes Ich probier mal was Ich stelle mich jetzt mal Kackendreist Da kann ich mir dich hinstellen Verdammte Angst Zudem ist meistens auch Man sieht nicht Wo diese Spacken sind Man sieht es aber nicht So Kann ich aber drauf konzentrieren Nicht betroffen zu werden Direkter Treffer Yeah Da steht er Nein So Okay das Hier kann ich ganz vergessen Das funktioniert aber überhaupt nicht Weil die Raketen aber von überall kommen Aua Aua Mamba offline So War wieder der scheiß Flieger angeflattert So Eins Zwei Eins Zwei Eins Zwei Hat eine Drohne verloren Hat eine Drohne verloren Dragon offline Master Bruce versprochen Ihr Opfer wird nicht vergebens sein Gut Das macht nix Das macht nix Machen wir weiter I Don't Care So Kann ich eventuell noch irgendwas verbessern beim Batmobile Okay fünf Punkte Batmobile Und das brauche ich nicht Ist das hier Nachbrenneraufladen Stellt's mit der Aufladerzeit Brauchen wir nicht Schubdüsenverbesserung Da kann ich dann zweimal schubieren Ausrüstungstechnologie Das ist alles schon gelernt Batmobile Waffen Cobra Köderschuss Hilft mir gar nichts Batzut im Kampf Hilft nicht Ausrüstungseinsatz Doppelter gezielter Batarang Batarang beteilungsdauer Batclaw Im Waffen Schusswaffe Ausrüstung Während des Gleitens Batarang Ne Also wir haben eigentlich alles Was wir brauchen Fertig Batmobile Waffen Was Das fehlt uns hier Schleudersitz Stufe 1 Schleudersitz Stufe 2 Nachbrenner Und das fehlt hier noch Batmobile Waffen Fehlt nur noch das Das können wir jetzt einfach mal lernen So Batmobile Waffen ist Voll ausgelernt Kampf Da fehlt noch einiges Okay Also wir können hier auch Nichts machen Ja Nichts Ich erwarte schweren Widerstand Zum Beispiel Scheiße Drohnenhack Hack die Drohne Drohne das Hacken Hack die Drohne Drohne das Hacken Ich hack die Drohne Die Drohne Hackt mich Hack die Drohne Damit sie mich nicht hackt Hack die Drohne Damit sie mich nicht hackt Hacks Drohne bezieht Position An der Flanke Aua 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 Da ist das Zerstört Ist das Hinter mir Das ist doch schon wieder so ein scheiß Flieger. Ich versuche jetzt aber darauf zu achten, wo sind die scheiß Flieger. So, Drohnenhecken. So. Jetzt können die sich untereinander bekämpfen. Ich komme hier um den Flieger. Hier umflattert. So. Ohne Fahrschein hier. Auf der anderen Seite kommt der Flieger. So, oh, hinter mir ist ein Mama. Fuck. Okay, Raketenaufschaltung ist schlecht. Daneben. So. Das Ding. Hinter mir kommt wieder was an. Da kommt auch wieder was an, geflattert, oder? Wo ist es denn? Drohnenheck, komm. Ja, wo? Oh, oh. Aua. Eins. Und zwei. Nein, daneben. Da wehen. Fuck, ey. Komm, stirbt man. So. Wollen wir mal was umbringen. Danke. Scheiß Flieger. Ey, da fliegt die Tür. Wir sind gegenseitig um. Nein, vor mir ist was. So. Mit der mir ist was. So. Ich komme von hinten wieder was angeflattert. Da. So. Drohnenheck. Oh, die wollte ich. Die habe ich gerne. Diamondback habe ich gerne. Heck ich gerne. Das ist schön. So. Stirb. So. Dragon wurde ausgeschaltet. Okay, da kommt gleich einer um die Ecke. Da ist er. Daneben. Fuck. Kann man da daneben schießen? Okay, irgendwo hier ist so ein scheiß Flieger. Wo ist der Flieger? Ich sehe den nicht. Hä, wo ist der Flieger? Ich sehe den tatsächlich nicht. Geht der mir jetzt was? Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Äh, du stirbst. Nein, daneben. So. Unten will was auf mich. Nein, ich bin nicht so weit weg. Niemand hat die Absicht, einen Springser zu zünden. Okay, geht den Kopfhörungs an. Geht das richtig? Oh, fuck. Da kommt was. Der da muss weg. Danke. Bodenheck. Fuck. Komm schon. So. Oh, fuck, 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 fuck. Hinter mir, hinter mir. Oh, shit, 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 shit. Hinter mir. Come on. So. Nein. Ich hatte keine Zeit mehr, um den blöden Drohnen-Hack auszuführen. Das wäre so gut gewesen. Master Bruce, ich hatte gehofft, es würde nie so enden. Ruhen Sie in Frieden. Ach, Mann, ey.